Hallo, mein Name ist Mauchen Ratzen, ich bin 18 Jahre alt, ich spiele hier beim FCN Villingen in der Innenverteidigung. Meine bisherigen Vereine waren der FCN nach Gottwald bis 2007 in Schwellingen und jetzt seit der D-Jugend hier beim FCN Villingen. Meine persönlichen Ziele sind auf jeden Fall verletzungsfrei zu bleiben und irgendwann mal im Fußball Geld zu verdienen. Und meine Mannschaftsziele sind eine gute Saison hier zu spielen. NBW – Energie braucht Impulse.